So liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu bei Tactical Sailor. Ron und ich spielen, wie heißt die Map? Oregon. Oregon. Keller sind sie übrigens schon mal nicht. Welch, die müssten entweder oben sein. Ich hätte die Map übrigens verwechselt, Jimmy, als ich sagte, ich finde die Map gut. Hör doch hier den Gemma. Ja, oberste Etage. Warte, warte, bleib in deiner Keller. Geil. Du kannst ja jetzt durch der Türstroh nicht mehr in den Gemma fahren. Du kannst die nur durchschießen. Bevor die aber im Mute gebufft haben, konntest du mit der Twitch-Drohne da wenigstens noch ein bisschen reinfahren. Ich hatte noch nicht mal eine Chance, das Teil kaputt zu machen. Die Seiten sind vorbei, Jimmy. Alles Huren. Alles Huren. Das ist doch bestimmt egal. Was machen die denn da? Ich gucke mal, ob einer im Turm ist. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben die einen Puls. Wo ist denn hier der Balkon? Der ist doch hier auf der Seite drin. Ich meine ja, der Symptom sehe ich keinen. Das ist gut. Wo nichts heißt. Na, natürlich. Also zwei, drei waren im Raum. Mein Drohnen ist natürlich kaputt. Ich wurde entdeckt, weil hier noch irgendeine Kamera ist, weil die Dioden ihn weggemacht haben. So jetzt. Ja, aber hier ist einer. Einer ist auch draußen gewesen. Ja, der war hier auch mal gekommen. Okay. Nein, ich glaube, der ist noch weiter unter mir. Was? Ich hab dich nicht getötet. Wichser. Wo ist der Affe da draußen? Hier ist einer. Ich weiß nicht. Ich mag die Map nicht. Da, wo die Jäger sind, ist das tatsächlich nur ein guter Platz. Aber eigentlich weiß ich nicht. Also hier in dem Raum sehe ich keinen mehr. Irgendwann läuft bei mir rum. Einer ist genau hier. Ja, kann ich nur nichts sehen. Ich bin gerade. Nein, geh weg. Sie lebt. Sie ist nach links weggelaufen. Sorry. Ich wollte dich nicht treffen. Die war verdruckt. Zum Burst-Modus-Kennst. Ich ist nach links weggelaufen. Hier ist auch noch einer. Jetzt wäre ich sicher, dass sie doch nicht safe ist. Ja, bin ich denn nicht. Ja, Digga. Gehen wir rein, oder was? Geh rein. Ah, direkt links in der Ecke. Nein, ich habe sie noch gedauert, aber sie mich auch. Ich habe sie gedauert, aber sie mich auch. Ich habe sie gedauert, aber sie mich auch. Aber wie viel Schadung habe ich eigentlich gegeben? Ich habe mich einmal betroffen. Das kann nicht so viel gewesen sein. War aber nicht wenig. Echt nicht? Nee, das kann doch gar nicht sein. Die haben auch den Team-Schaden minimiert. Na, du hast mir eine ganze Burst gegeben, ne? Bevor du ein, maximal zwei abgekriegt hast. Ja, es hat noch gereicht. Für mich persönlich hat es gereicht. Ich habe ein Schild für dich dabei. Aber dass du in dem Augenblick auch runtergehst, ist natürlich schon noch Pech, wa? Ja, kannst du nicht riechen, ne? Hätte ich ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer gewesen, hätten wir es wahrscheinlich sogar noch bekommen. Ja, so spielt das Fick, äh, Schicksal. Alter, warum spielt der eigentlich die ganze Zeit mit dem Rekruten? Nein, hier muss man dafür schon reporten. Ah, so was spielen wir da will. Oh, ja. Ist ja auch grundsätzlich richtig, aber... Es gibt halt so viele Sachen, die besser werden. Ein Gluck zum Beispiel. Ja. Stell dir oben in die Tür ein, äh, Schild, ne? Ja, mach das. Warte, verarscht die mich alle? Der ist Level 2, der kann nix nehmen. Natürlich haben wir den Level 2 im Team. Sind die Drohnen schwerer zu treffen? Keine Ahnung, stell dir ein Schild an. Ich höre auf fünf Sekunden. Beschimpf den Schild an den Armutbehälter um jeden Preis. Kannst du da heiß machen? Ich höre mich jetzt, ja. Die sind mit Sicherheit noch Drohnen. Hm, ich hab noch zwei. Ich mach hier zu, glaub ich. Ja. Vor allem rechts ist da ein Nadel, ja? Ja, hier sind wir noch Drohnen. Ich hab schon wieder entdeckt. Ja. Noch eine. Ich hab zwei jetzt gefunden. Ist ja auf jeden Fall über uns. Wenn die Views haben, sind wir ganz schön gearscht. Das stimmt leider. Scheiß Holzbohnen. Ich weiß nicht, Martin, hab ich keine Ahnung. Sie ist nicht schlecht, aber ich finde es besser. Ja, mach das doch alle. Hey, warte bis er um die Ecke ist. Ich helfe, ich helfe. Ja, ist ja gestorben von der Granate. Ja. Hab ich gehabt. Hinter uns. Hinter uns. Guckst du die? Hier. Ja, ist klar. Aber es war kein Headshot? Hm. Ja, natürlich. Verzieht doch nicht das Ding. Ist klar. Niemals. Nicht nur, dass wir Bobs im Team haben. Nee, wir haben richtige Bobs im Team. Es müssen so komische Gegner haben. Metal Bestia. Button Killer. Leck mir die Rosi, du. Was du dann machst, lass es. Niemals. Doch, weil es ein ganz schreckliches Geräusch gibt. Nur für die Zuschauer. Ja, und für meine Ohren. Meine Ohren sind wichtig, dass ihr die Zuschauer. Deswegen shut the fuck up. Nein. Und alles für die Zuschauer, Jimmy. Wenn du... Dann hau ich dich da mit. Dann hau ich dich. Dann schwöre ich dir, hau ich dich. Wenn ich das nicht so sehe. Mit den Zuschauern? Mit den Zuschauern. Guck deine Freundin aus, du. Dann haben wir es einfacher. Kann ich sie denn? Nein. Schade. Wahrscheinlich schon, aber nein. Unten irgendwo. Unten ist gut, wenn ich schüße. Ist nicht unten, ist nicht unten. Nicht im Keller. Ich meinte unten irgendwo auf der ersten Etage. Ja, wenn du unten irgendwo sagst, ist das Keller. Aber ja. Bist du Scharfschütze, Jimmy? Nein, sind sie auch nicht im Keller. Mann ey. Stell dich ja nicht immer so an. Sagst du, der mit 70 Punkten? Ja. Ich stehe genauso gut wie du. Ich soll die Fresse halten. Nein, eigentlich nicht. Du hast ein paar mehr Punkte. Ja, aber ich habe auch null Kills, null Assists, null alles. Voll. Lass mal versuchen, da oben irgendwie reinzukommen. Wenn es hier? Ja, über den. Da kann ich runterfließen. Kann man machen. Genau, ich habe Granaten. Dann müssen wir von der Rückseite eigentlich kommen, weil hier sind wir dann komplett falsch. Na, du brauchst ja nur das Dach gehen. Ja. Wart ab, in der Zeit ist alles erledigt. Hahaha, bin ich mit dir. Du brauchst eigentlich in dem Raum, wo du warst, einfach nur runtergehen. Ach nee, da kannst du ja gar nicht von oben füßen, ne? Nur hier, wo ich bin, kann man. Ja, aber da ist es nicht so über den Raum. Doch, was? Nein, überhaupt nicht. Ist komplett eigener Raum. Ja, da ist eine Kamera. Tada. Weißt du das gerade? Ja. Deck mal meinen Arsch, ich runde da mal rein. Ja, warte kurz. Ach komm, hab ich den Sprung verkackt. Hast du geschossen? Oh, was ein dummes Schild. Ist keiner drin, ist keiner drin. Unten im Gang ist die Kaliwera. Alter, wenn er mich türen will. Boah, was ist das für ein Honk? Ja, ist okay, da können wir auch noch rein. Einer war nach rechts weg, die Valkyrie war nach rechts weg. Okay. Achtung, Nate. Und noch eine, noch eine. Ja, mach. Beide rechts sind los. Die ist immer noch rechts in den Raum rein. Nein! Oh, fuck. Oh. Fucking wie die Huren sind. Ist klar, blind feiert. Beide gekillt. Ja, ich glaube, die wusste, dass du da warst. Die hätte ich vorher gesehen, die war vorhin am Gange. Verarbeitet, ey. Worre erst shooting ever, ich hab den Köln. Rotes Tod. Hast du gesehen, wo der war? Ähm, nicht genau. Müsste aber irgendwie... Von dir aus jetzt rechts sein. Fuck, man. Tue es einfach rein. Das ist aber der falsche Raum. Ist doch wurscht. Vielleicht scheust du ihn damit auf. Tu ich! Sag ich doch. Nicht schlecht. Du hast einen Mozzarella gekillt. Ist der verwandt mit, äh, Giovanni Zarella? Sind alle Italiener nicht irgendwie verwandt? Woh! Alter, ich kenn die Italiener, die würden nicht dafür, äh, wie ein Schweinrippen, alter. Ja, komm. Man kann auch ein bisschen Humor haben, ne? Welcher Mensch hat denn Humor, alter? Irgendeiner wird ja wohl Humor haben können, oder? I can't believe he fell for that, Luke. Ach. What? Dieser Chat ist einfach so schwach. Wir müssen jetzt gewinnen, das ist dir bewusst, ne? Ach. Warte, haben die sich aufgeregt, dass das funktioniert hat? Oh, ja. Nice. Hört, hört Fuse over me. Oh, heu doch. Den Raum verbarrikadieren. Liegt. Läufts. Dann mach ich sie anders. Ja, die Idee mit dem Schild in der Tür da war irgendwie nicht so gut, hab ich das Gefühl. Didn't worked. Aber ich versuche mal ein bisschen zu lurken, um defensiv zu halten, ist ja nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du Rußung immer? Ja, hab ich. Guter Junge. Bei meinem Büro kommen die jetzt genau hier rein. Nein, nicht. Wir sind fast vor euch gespawren, da müsst ihr aufpassen. Äh. Die Wand wurde verstärkt. Ja, wollen wir das Spiel mal rumreißen, was? They're over us. Alter Leute, seid ihr greedy Bastards. AVS ist Einsatzbereit. Neue Übertragung aktiviert. Ja, ich will mich noch nicht zeigen. Da ist das. Oh du Honk. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ich habe da. Einen habe ich. Weiß ich auch. Zwei Stück noch. Einer ist drin bei euch. Einer ist hier. Einen habe ich, ist nur noch einer. Ja, das ist bei mir. Bist du dir da 100% safe? Nein. Bleib lieber weg. Aha, guck mal. Siehst du? Der war nicht bei dir, aber es ist okay, dass ich vorsichtig vorgehebe. Bei mir hat die Treppe gestaubt. Oh nice, der ist richtig gerusht. Ich war erst überlegen, ob ich ihm die Ecke in die Kontaktgrenate werfe. Aber die haben nicht so einen großen Besprengbereich. Nein, leider nicht. Dass du es nicht getan hast. Nein, wirklich. Aber die MP5, die normale MP5 von Rook ist jetzt auch übelst gut geworden, finde ich. Ja. Ich habe ja tatsächlich vorher die P90 bevorzugt, weil sie einfach schneller geschossen hat. Ja, aber die MP5 ist monster. Jetzt ist sie richtig gut. Oh, Calvara in dem Matchball, alter. Du willst auch nicht gewinnen manchmal, wa? Absolut nicht. Nein. Das gibt mir jetzt gerade um no risk, no fun. High risk, high reward, wa? Einmal das funktioniert oder funktioniert nicht? That's the truth. Jetzt muss ich mich irgendwo anders stecken. Ja. Oder genau da. Ja, man, nee. Ich glaube, da gucken die jetzt nach 100 Pro, alter. Ich habe drei Mann von denen von der Posi weggeholt. Ich glaube, da gucken die jetzt nach. Würde ich auch tun. Hast du eine Schroffinthe? Nein. Nein. Du warst schön, du warst aber nicht hier, wo ich gerade stehe, oder? Nein, nein. Wo stehst du denn? In der Nähe von dir. Nein, nein. Ich war oben, aber halt nicht in dem Raum. Okay. Ja, und sie gehen da oben rein. Zwei, drei Mann gehen. Der Applaus, ey. Flur, einer ist unter mir. Hör sie hinter mir. Mach langsam, wa? Ja, ja. Das liegt an uns. Wobei Tashaka... Tashkate auch gerade was gewissen hat. Ich bin ja immer noch safe. Wie sieht es bei dir aus? Ja, noch nix. Guck mal kurz nach rechts oben. Ich war da. In dem Gebäude war ich. Okay. Ich glaube aber, die kommen von hier runter. Ich glaube, die kommen von ganz Norden, da wo du die ganze Zeit gedeckt hast. Da unter mir. Da waren zwei. Wir tragen hier irgendwo Wände ein. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Sollen wir mal langsam nach Norden gehen gucken? Ich komme hier runter und dann... Können wir machen. Ja, Norden ist andere Richtung, Digga. Ja, aber ich habe gerade hier was gehört. Hier ist doch schon offen, Ron. Oh. Gar nicht gesehen. Aber die waren hier nicht drin. Die hat mich sonst gesehen. Lass uns die Treppe hier runtergehen. Ja, geh, geh, geh. Ich mache von oben Terror. Ich komme nach dir. Was? Wo ist der? Der Wichser. Der ist schon im Bleed Out. Ich habe die letzte Zeit dieser Scheißpistole getroffen, ne? Ja, ich sage doch die Scheiße. Ich meine echt. Machen die auch nicht mehr. Nice. Hey, Leute, wir haben gewonnen. Wir haben elf Kills gemacht. Junjun hat elf Kills gemacht. Ja. Ein Racken. Zehn. Zehn. Elf Kills und ein Assist. Ich würde sagen, Junjun hat die Runde gewonnen. Alter, verdammt. Aber ich muss sagen, dass du da gestorben bist. Okay, wie gesagt, die Pistole ist halt scheiße geworden. Wenn du mit der normalen Waffe... Mit der normalen Waffe hättest du es locker geschafft. Das haben wir taktisch. Die Runde haben wir taktisch einwandfrei gespielt. Das Problem ist, wenn du in diesem Fleischding da bist, dann kannst du halt nicht... Ja, aber das brauchst du ja auch nicht wirklich. Leute, hä, hä? Ich habe das gehört. Na, vielleicht, vielleicht. Ich glaube schon. Ist ja auch wurscht. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Genau, wir wünschen euch was. Bis dahin, wie immer, like da, Abo, bla bla bla. Wir sind cool.